Haben Sie Feuer, junger Mann? Danke. Bitte, es war mir eine Ehre. Wissen Sie, dass Sie schöne Augen haben? Eine Kollegin sagte mir dasselbe. Verwirre ich Sie? Nun ja, ein bisschen schon. Sie verwirren mich auch. Wollen wir uns gegenseitig weiter verwirren? Wenn Sie meinen, ich kann einer Dame nichts abschlagen. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Sind Sie allein? Ganz allein. Und Sie? Zurzeit noch. Darf ich Ihnen ein wenig Gesellschaft leisten? Oh, ich denke schon. Sie sind ja ganz gut und strapazierfähig gebaut. Also kommen Sie. Wohin? So wahr. Ein paar Kognaks werden Sie mutiger machen. Und Sie werden noch viel Mut brauchen. Voll tanken bitte. Oh, weiß nicht, ich weiß nicht. Was wissen Sie nicht? Sie sind doch, wenn ich es mal so ausdrücken darf, wohl keiner viel betrachtet. So. Und was bin ich? Ihrer Meinung nach? Eine sehr reizende Frau aus sicherlich guten Kreisen, die aus irgendeinem Grund eine leichtfertige Gesinnung zur Schau trägt. Wer sagt Ihnen das? Mein Instinkt. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle? Was? Ja. Nein. Und seitengren.